Dämo, Horizontum, 45 Grad jetzt dicht und das nächste ist im Kreis machen wir das mal direkt gut jetzt die nach 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 Rücken aus dem Rücken, 140 kmh, Geschwindigkeit zurücknehmen, 110 kmh, 100 kmh, 90 kmh, Geschwindigkeit, 100 kmh, 100 kmh, 150 kmh, 160 kmh, 100 kmh, 170 kmh, 100 kmh, Rücken 650 Meter, Rollpreis nach links Ausgerichtet 140 Geschwindigkeit auffahren Rollkreis, Horizontal Das hat mitgelenkt Mensch auf Dachs 500 Meter Ein bisschen schneller, 140 500 Meter Bord Bord 300m Autogramm 1314 Overlags Metropatik ist finished Okay, Bravo 1314, descending area for landing 06, clear is out, and fix, plus 4, minus 2 cheese. So under me, till now, I can be gris, but that's what we're doing for the 4. Link down is good. I hope I'll do a Bravo 1314, right and downwind for landing 06. Geschwindigkeit reduzieren, jetzt bin ich bei 90 220 Meter Auf dem Höhen Anflug machen, Geschwindigkeit weiter reduzieren Da kann man eine saubere Glissau anlegen Anflugspeed nicht unter der 80 Aber auch nicht über 90 Das ist ein erstes Flieger Nach 3, 80 Pace, Temposäglich oben links Die Kiste ist frei, links ist frei Geschwindigkeit checkt Wir sind bei 90 Wir sind bei 200 Meter Die Kiste sehen, links ist gut Die Kiste ist sehr hoch Die Kiste ist ausgerichtet Sehr hoch Sehr hoch Klappen Und die Kiste laden nach rechts Schnelles Sollte Vielen Dank.